Jo Leute, was geht ab? Jetzt kommt zurück zu Luigi's Manage 3. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, bei diesem kleinen Flur, wo wir da die drei Geister der Musik haben, oder vier, ich weiß nicht mehr genau, gekommen. Da waren wir doch gerade. Wenn wir jetzt runter gehen würden. Wir verlassen uns nicht mehr auf die Karte. Wir schauen nur, ob wir nah dran sind. Ich habe es geschafft zum Bosskampf zu kommen, Leute. Wow, endlich. This is the Boss. Ich habe nicht mal im Internet nachgeguckt. Hallo. Ist es denn wieder weg? Nein, es ist wirklich der Boss. Let's go, Leute. Schaut euch auf jeden Fall in 4K an. Spielkarten. Wir können auch eine normale Runde Skar spielen, wenn ihr wollt. Das heißt, es muss machen. Ich weiß nicht, es ist auch kein Licht. Okay, das heißt, die erste haben wir. Okay, dann ist es nicht so schwer, wie ich dachte. Okay. Wir haben ja zwei Gnocchis, zwei Knochen. Merken. Genau das ist die Bombe. Ich fliege halt genau rein. Das hier ist eine... Er saugt die nicht an. Was ist denn das? Jetzt. Perfekt. Die können mich austricksen. Oh, ich hab's noch. Gut. Jetzt sind zwei Bomben, gell? Jetzt achten wir nur noch auf die eine. Genau hier in der Mitte. Ich fliege halt genau wieder rein. Merken, 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 merken. Genau, weil es euch zu wissen ist. Der Hut schützt sie. Die in der Mitte wieder. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. War das jetzt klar. Wir haben's geschafft. Yes! Yes! No. No, 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 no. Yes. Erstmal zigtausend Herzen und... Ach, fühle ich mich ganz super. Wir haben's. Wir haben's. Oh, die Katzen verheißen nichts Gutes. Zwölf. Wow, wir werden nicht teleportiert, Leute. Wie cool, dann jetzt los zum Aufzug. Und verschwinden wir aus diesem Gruselkabinett. Ihr versteht, was ich meine. Wir kommen bei, äh, Harry Potter und seine drei, äh, Zwillingsschwestern. Die Bösesten und... Das ist bisher der zweitbeste Bosskampf, finde ich. Und, wir können gehen, Leute. Nach fünf Minuten Bosskampf war gar nicht so schwer, okay. Ich hab' mir schwerer vorgestellt. Dann. Let's go. Ach, das kommt jetzt wieder so'ne komische Katze. Yeah. Kommt die... Meint ihr die Katze? Nein, die kommt nicht mehr. Wir haben's im Sieg. Das ist einsteckend. Oh, yeah. Die Musik im Hintergrund, die Fahrstuhlmusik. Das ist Fahrstuhlmusik von Luigi's Mansion 2. Zur Strandbar. Okay, als nächstes ist unser Gegner ein wütender Typ, dem wir seinen Cocktail geklaut haben. Der so'ne Strandbar besitzt. Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal die Engine geladen werden. Ich hab' mich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, Luigi. Oh, mit nem Anker. Wir sind kurz vor dem Boss, Leute. Ich seh' nur im Spiegel. Ich will's sehen. Es gibt uns bestimmt was. Ein Schiffelchen. Sieht das schön hier aus. Okay, da müssen wir hin. Ja, wie? Wow. Du, 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 du. Du, 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 du. Luigi! Solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal. Du musst dringend zum Labor zurückkommen. Es ist dämlich. Etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähl ich denn? Also, auf zum Labor. Beeil dich. Bye-bye. Zwischen-Quest? Straight, wir haben ne Zwischen-Quest. Leute, wir haben ne Zwischen-Quest. Irgendwas ist Schlimmes passiert, Leute. Okay. Was denkt ihr? Was könnte das sein? Apropos, Leute. Der Bosskampf wird sein eigenes Video bekommen. Oh, ich weiß. Es ist noch die Wasseranlage. Ganz schlimm. Ich hab ja sogar ein Steuerkreuz hier. Ab in den Keller zum Professor Emanuel geht. Genau. Der Controller geht im Übrigen wieder. Ist wunderschön. Sieht man das? Naja, er ist jetzt wireless. Oh, damit kann ich eigentlich auch so hoch und runter wippen. Das geht bei Fliegen beim anderen nicht. Lauf. Ich bin's. Luigi. Ah, Luigi. Ich hab dich schon erwartet. Ja, du hast nur gesagt, ich komm so. Hä? Was? Oi, Doro? Es sieht so aus, als hätten wir einen der Tods erneut auf der Vermisstenliste. Ähm. Also das ist das Schlimmste, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, einen Schreck weg. FLU weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Endlich. Dazu benötige ich ein Material, das ich vermutlich im Hotel finden lässt. Somit schicke ich den Tod auf die Suche. Allerdings, nun ja. Sieh dir das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich dem Tod gegeben hab. Er grinst. Okay, ist was lustiges. Nein. Nein, nicht nochmal. Nein. Nein, ich will da nicht nochmal rein. Ich will da nicht nochmal rein. Da war der An... Da hat die Kamera verloren. Ist nicht wahr. Ich will da nicht nochmal rein. Das ist schlimm. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der Tod von einem Geist angegriffen wurde. Luigi. Du hast dasselbe gesehen wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Tod aufzufinden. Das Wichtigste aber ist, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erbindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die Ungeheugen bedeuten deine Aufgaben sicher bewusst. Also los, Luigi. Leute, das war's mit dem Let's Play. Och nein. Warum denn da hin? Da will kein Mensch wieder hin. Allein schon. Weil man einmal dort war. Nicht nochmal. Nein. Das ist ja money. Sehr schön. Lecker. Das kommt halt her. Tja. So. Also. Wir werden also nochmal zu unserem Freund, dem... Ich hab keine Ahnung, was ich überhaupt fand. Auf jeden Fall in die Wasserlage. In das Schlimmste aller Level. Ich hasse es. Aber wenn wir das haben... Können wir vielleicht noch mehr. So, wir gehen wieder. Fangen wir... Oh, ist es. Ihr müsst keine Angst vor mir haben. Noch tue ich euch nichts. Oh, nicht nochmal so eins, die von der Katze besessen ist. Was habt ihr euch gesagt? Ich hasse diese Katze. Da muss aber irgendwas Wichtiges drin sein. Oh, yes. Bis jetzt war immer was Wichtiges drin. Ja. Eben Geld. Aber ordentlich. Sehr schön. 14.000. Wisst ihr, wie viele Knochen das sind? Richtig, 40 Knochen sind das. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich mit euch mach. Ich mach euch hier kaputt hier. Und dich mach ich auch noch kaputt hier. Und dich saug ich jetzt ein. Die haben 100 Leben. Die Grünlinge hatten immer 10. Das ist schlimm, gell? Ja. Und weg damit. Ah, okay. Wir haben was vergessen. Und zwar Geld mitzunehmen, natürlich. Erst dann können wir gehen, wenn wir das Geld hier eingesammelt haben. Was dachtet ihr denn, warum ich hier gewartet habe? Zeig mir mal die Karte, bitte. Warte. Karte. Das ist in mir rein. Er ist hier rein. Warte. Beste Freund und Helfer. Geld. Beste Freund und Helfer, gehst du noch bitte mal da gucken? Aber natürlich, Luigi. Mein zweitbester Freund. Hä? Hä? Es hat was geladen. Profis. Nein. Ich bin gestorben. Okay, Leute, das heißt, wir müssen ihn rüber zu Luigi katapultieren. Und die Hälfte des Bildes ist einfach schwarz. Jetzt, latest. Freund und Helfer. Ah, du hast den Tod gefunden. Gut gemacht. Dann geht es jetzt, das Verstärkermaterial zu suchen. Es war ein Fils zu sehen. Weißt du noch, viel Glück. Bitte, sag mir, dass es irgendwo angezeigt wird. Ja, wie denn? Hä? 300 Euro ist es beim Boss. Richtig. Ja, komm mit. Oh, sieh mal, Luigi. Das ist das Material, das ich besorgen wollte. Da oben hätte ich es nicht vermutet. Ich kann ihm einen High Five geben. Als ob. Nein. Wo, wo alt ist die? Nein. Tod, komm mal her. Ich habe eine fabelhafte Idee. Genau. Stell dich da drauf. Perfekt. Einfach, weil ich so ein Profi bin. Ich bin doch so ein Gott, Leute. Ich habe nur vermutet, dass es ging. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich die Lösung war. Hervoll-ragend. Das ist genau das Material, das ich benötige. Gut gemacht. Dann auch zum Labor, Luigi. Dann können wir ihn verstärken, den Schreckweg- Wie komme ich denn eigentlich jetzt zurück? Ich habe mir keine Geld. Ich habe mir keine Geld, die kann hier durch. Ja, genau. Oh mein Gott. Ich dachte jetzt, ich müsste wieder... Ich hätte jetzt den falschen Weg gegangen. Ich müsste jetzt alles, restlos alles zurückgehen. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so zurück, sondern... Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Dass ich nochmal durch dieses Abwassersystem schwimmen müsste. Genau, die Tür tot. Ja, hast du richtig erkannt. Verflix, der Weg vor dir ist blockiert, Luigi. Du musst dich nach Alternativen umsimmen. Sieh dir am besten die Karte an. Igitt, ich hasse dich. Hier ist gesperrt, ja. Ja, wow, wow, wow. Ebene 3. Nein, Ebene 3 ist es nicht. Ebene 1. Ebene 1. Lass uns bitte durch. Das war's. Let's play. Luigi's Mansion 3. Rückwärts. Wer wollte das nicht schon immer mal machen? So, jetzt sind wir in Ebene 3. Genau. So ist Kletter schneller, komm. Ich weiß nicht, wie du konntest. Ich kann einfach wieder nur mit ihm abklatschen, wow. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich hasse dieses Spiel. Genau, perfekt. Der Part endet jetzt, okay Leute. Ob wir es vielleicht noch schaffen, sehe ich demnächst mal. Bis dann Leute, ciao.